und ein herzlich willkommen mit mir hier der stefan bei einem ganz neuen projekt wir spielen breakfast ja lieber alex schreibt jetzt das bitte in den kommentaren wie man es richtig schreibt natürlich funktioniert zwar wieder nicht mit controller ist ja echt kacke schade ff soll kann ich das zufälligerweise vielleicht audio effekte der motor ja der motor muss eigentlich so da sind wir wieder aber es ist immer noch so mega laut aber ich hoffe das auto ist schon ein bisschen hart damit kann ich leider nicht schön um die kurve um die kurve und safe habe ich das alles selber gemacht die ganzen der batman junge ist hier oben auch ein bisschen neben der spur das ist meine allererste runde aber heute steiner in 70 und ich habe nicht Es ist mir egal, ob vorne, rechts oder irgendwas schief ist. Wir schaffen das. Wir werden erster, letzte Runde. Easy. Niemand legt sich mit hier Rohr edel rein an. Oder wie Alex das immer so schön nennt, Rohrwedel ein. Zumindest werden wir nicht letzter. Nein, 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 nein. Nicht aus den Kursen fliegen. Unten links sieht man, wie stark unser Fahrzeug Schaden genommen hat. Und wir fahren gleich gegen einen Scheißstein. Down on the brake. Sieger ist P heil. Heiß läuft da ab. Oh mein Gott. Niemals. Nooo. Was für ein Ochser, Alter. Zweite Runde nun. Updating Chaos. So, mal gucken, ob wir dieses Mal erster werden. Wir sind diesmal gute Fragen, wo wir gerade sind. Das ist die nächste Frage, die ich mir stellen werde. Jedenfalls habe ich ein bisschen an dem Auto ein bisschen modifiziert. Ich habe das Auto ein bisschen tiefer gelegt und so weiter. Ich bin eigentlich sofort startet. Oh, natürlich sind wir letzter. Und wir versuchen etwas, das Fahrzeug jetzt heilig zu lassen. die wenn bitte aus der Seite bleiben. Keine Autos nicht rammen. Bitte keine Autos nicht rammen. Wir sind gerade sechster. Fünfter. Ah, ich darf natürlich auch nicht zu schnell werden. Wir sind vier da. Weil genau das passiert dann, wenn ich etwas zu schnell bin. Dämpfer leckt. Natürlich leckt der. Ich bin auf der Bahn. Wo ist eigentlich die Fahrbahn? Wo ist die Fahrbahn? Wo ist die Fahrbahn? Ja, da waren die Fahrbahn. Und wir sind nun 16. Tag von 16. Kein Problem. Wir werden easy erster. Kann ich irgendwie hier was reparieren lassen? Das wäre echt krass. Ich habe das eben noch für 30 Euro gekauft. Alter, Alter, Alter. Das ist so gut wie verloren. Batman. Pop-Zeit natürlich. Mal wieder. Richtiges Batman-Kind. Ich sage mal so. Die Fahrbahn ist so hin, dass ich kaum noch lenken kann. Kann ich zufällig das Rennen neu starten? Ja, das kann ich. Weil so geht das definitiv nicht. Wir sehen uns. Jetzt wieder. Los geht's. Freudestein 71 auf der ersten. 13 von 16. 13. 12 von 16. 10 von 16. 8 von 16. Er nimmt an von Dreaming was. 6 von 16. Und er wird gerammt von irgendeinem idealer Miner. Oder meiner. 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 Und er wird von einem anderen noch gecrasht hier. Er ist jetzt schon 10 von 16. Er fährt die Kurven sehr schön. Und irgendwie fährt er wie ein behinderter Ochse durch die Straßen. Er fährt durch den Canyon. Und er bremst. Wunderschön. Und wird von hinten gerammt. Und ein zweites Mal in den linken Rotflügel. Er überholt den Chief. Wir rammt den einmal ein bisschen weg. Er fährt die erste Runde sehr schön durchs Ziel. Glaube ich. Das war die. Ja, das war die erste Runde. ARM. Oh, das war die erste Runde. Er beginnt die zweite Runde. Er fährt gegen die Leitplanke. Er fährt gegen die Leitplanke. Mann, oh Mann. Herkulis geht ran. Er fährt geradeaus. Er fährt geradeaus. Er fährt wunderschön über den Hügel. Sein Auto ist sehr krass beschädigt. Er hat schon den kritischen Wähler. Sein Fahrzeug brennt. Sein Fahrzeug brennt. Zum Zurücksetzen. Er drückt sehr. Und somit ist er 15. Von 16. Jetzt 16. Von 16. Aber heute ist der 17. Lässt sich nicht verarschen. Er fährt durch den Canyon wieder. So, ich bin da. Sein Fahrzeug brennt. Einfach kompletter. Totalschaden. Kritischer Schaden natürlich. Das eine Auto ist schon rechts weggebogen. Er fährt. Er fährt. Er fährt. Er fährt. Und entscheidet für einen Neustart. Reutestein 71 ist am Start. Ah, äh, ähm. Ah, äh, ähm. Er sieht Max, der... Reutestein 71. Reutestein 71. Macht die Kurve etwas breiter. Ähm. Der Stunt ist vor ihm. Das ist hier ein ganz großes Problem für Reutestein 71. Er macht es. Er macht es. Er zieht es vor ihm. Er ist sehr tiefes vor ihm. Linker vor... Äh, keine Ahnung. Hat er nicht genau gelesen. Er ist vor ihm sind noch zwei. Und der eine fährt gegen die Leitflanke. Der andere macht einen wunderschönen Stunt. Der Bowling-Typ ist vor ihm. Reutestein 71. Bremst ihn ein bisschen aus. Aber Batman ist lebendig. Batman ist ein Lieblingstyp. Und... Freunde, der Stunt ist 70. Lässt sich selbst davon ein bisschen verirren. Und... Er wird rausgeschmissen. Er wird rausgeschmissen. 13. 16. Da waren 16. Er ist nun der Letzte. Aber er überholt den Spooky-Spooky-Man. Und... Er ist der 14. Von 16. Er macht sehr schön immer noch weiter. Er sieht die Teile von vorne ein bisschen fliegen. Er macht die Kurve ein bisschen breiter als sonst. Jetzt macht er sie sehr eng. Manchmal weiß man nicht genau, was er gerade macht. Er ist sehr neu im ganzen Geschäft. Oder er kann sogar besser als Manuel Neuer sein. Auch wenn er nicht fahren soll. Keine Autos feiert. Der eine fährt fast gegen die Leitflanke. Oh mein Gott. Wunderschön. Reutestein 71. Zieht. Er zieht. Er zieht. Macht den Stuntman weg. Woo! Die Menge jubelt. Die Menge jubelt. 3 von 3. 2 von 3. 3 von 3. 3 von 3. Letzte Runde. Und der Reutestein ist raus. Weil das Fahrzeug natürlich wieder mal brennt. Nur weil solche Heloxen im Weg stehen. Kritischer Fehler. Kritischer Fehler. Der Motor ist ein bisschen beschädigt. Reutestein 71. Los geht's. Er fährt. 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 Dämm verlenkt. Dämm verlenkt. Nein, 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 nein. Absolut nicht gut. Er überholt. Batman 220. Er überholt Batman. Und er hat es natürlich wunderschön hinbekommen. Batman will ihn überholen. Nee, das ist Humza Blaster. Und was weiß ich, was das für ein Typ ist. Alle überholen ihn, alle überholen ihn Aber Räudeschein, der 70 lässt sich nicht abwimmeln Er drängt jeden ab Er drängt jeden ab Und er lässt sich fast selbst abdrängen Von sich selbst Oh mein Gott Ob das Räudeschein, der 70 schafft, er schafft es Und der Bumserblaser hat ihn selbst überholt Erst wieder 11. von 16 Kein Problem, er schafft es, er schafft es, er schafft es Er muss langsam mal in den Gruppen werden Sonst kriegt er das absolut nicht hin Der Steve hat ihn überholt, was eben links von ihm war Ne, vor ihm war Jetzt ist er wieder vor ihm Wir müssen echt gucken, ob er das jetzt schafft Aber es sieht ganz gut aus Zwölfter von 16 Ist nicht letzter, aber auch nicht erster Die scheinen sich ja schon fast gegenseitig aus Eudeschein, 71 Er zieht, er zieht Kommt er dran vorbei? Nein, er kommt nicht dran vorbei Kühler ist beschädigt Und von hinten wird er auch noch gerammt Wenn ihr es nochmal sehen wollt, schreibt es in die Kommentare Birgit, du auch Und Ciao Ciao